Ich bin Micha Stittenhardt. Ich bin hier für meine zwei Stadträte von Für Karlsruhe, Friedemann Kallenbach und Eduardo Mosutto. Ich bin hier, weil ich einer der Jüngsten bei uns in der Gruppierung bin. Alt Quatsch, es gibt noch Jüngere. Aber ich wollte hier sein, weil uns die Belange der Jugend interessieren, weil wir möchten, dass die Jugend mehr Mitspracherecht hat. Wir setzen uns ein für den Jugendgemeinderat. Das ist für uns eine wichtige Sache, denn gerade in Zeiten der Politikverdrossenheit ist wichtig, dass auch die Jugend wieder gefördert wird. Wir sehen es gerade heute mit der Artikel-13-Demo, auf der wir auch schon dabei waren. Wir können wieder in die Politik rein und die Jugend hat auch eine Stimme und zeigt auch in vielen Dingen, wo es einfach besser geht, gerade in der digitalen Welt.